Herzlich Willkommen auf meinem Kanal TimoTV, ich bin heute wieder Call of Duty Mobile in einer frischen Runde Battle Royale und zwar nehme ich gerade diese Aufnahme mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, ich habe alles auf maximal eingestellt auf Grafik und so wie bei der Aufnahmeprogramm, weil mein anderer Aufnahmeprogramm, ich besitze einen S1 und da habe ich halt das Standard Aufnahmeprogramm und das hat nur HLD 1080p das dieses Aufnahmeprogramm kann maximal 2K, bin schon mal geschwanz, habe alles auf maximal eingestellt, ob Spiel oder ob Handy, Grafik, alles auf Höchstleistung eingestellt, werde auch schon ein bisschen warm finde ich, ich habe gerade noch 2-3 Runden gespielt mit dieser Auflösung, habe aufgenommen, aber ich bin einfach zu schnell gestorben dann gucken wir mal, ob das wir das jetzt diesmal schaffen wir landen am kalten, was kalte Aua, kenne ich gar nicht schon mal, ich glaube da wird schon nie gelandet was ist das? ok, krass gemacht, das haben wir noch nie gesehen 6er Boxer kam mir bis jetzt noch nichts gefunden, ja ich bin mir sicher, ob sie überhaupt einer gelandet ist ich bin mir sicher, ob sie überhaupt innen gelandet ist Krüttes, krüttes So, nehmen wir ein Dottum mit What the hell, was ist das denn jetzt? Auch nicht meine Favoriten ne? Nehmen wir eine M4 mit Die ist schon wieder Das ist doch das, mein Gott, das ist doch mein erster Kill Wie viel ist das? Äh, war das gerade eben hier? In diesem Visikum ist es besser, glaube ich So, da vorne ist ja auch So, um, what? So, um, was ist das? So, um, was ist das? So, um, was ist das, was ist das? Da ist noch ein Heli. Ja, gucken wir mal, so, ja, bei diesem Aufnahmeprogramm, was mich da ein bisschen stört, ist, dass ich nach unten zwitschen muss bei meinem Bildschirm, mit meinem Bildschirm, um irgendwie Pause zu machen oder so, wenn ich das so verkackt habe. Okay. 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 Ja, klar, das eine ist im Wasser. Ihr wollt mich doch schlachsen. Drei Hubschrauber in einem Fleck. Okay. Da landet einer. Da landet auch einer. Let's go. Ich brauche schon eigentlich auch noch eine Magazinerweiterung, ne? Achso. Boah. Okay, wir müssen uns das wirklich anstrengen. Das ist zu riskant. Aber jetzt hauen nicht ab, oder was? Jetzt auf einmal hauen nicht ab, oder was? Das ist problematisch. Das ist richtig, das ist ein richtiges Problem hier. Wir brüchen theoretisch ein Auto jetzt. Ich suche jetzt noch ein Auto, mit dem ich fahren kann. Ein Heli wäre schlimm. Sniper. Das ist ein Problem. Beim Heli sieht man alles auf der Karte, das ist schlimm. Ich brüchte jetzt hier unbedingt ein Auto. Ich frage es nicht wo. Oh. 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 Das könnte interessant wäre. Dann Das tauscht nun gleich Aber wie geil ist das denn gemacht Da kann man echt gar nichts sehen Ja Ja Ah Mann 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 Oh 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 Okay okay Dann mal Let's go Oh mein Gott Im Fahren Im Fahren Oh Mann Okay 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 Die Zone wird kleiner Schon besser ist nur ein Kill Okay 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 Sniper Sniper Hier ist auf jeden Fall ein Sniper Okay 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 Ich habe mich schon sterben gesehen ohne jetzt Was Was Von wo Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich hoffe es hat euch gefallen das video Like nicht vergessen abonnieren nicht vergessen teilt das mit denen es war halt nur ein test schreibt ihr bitte mir in den kommentaren ob ich damit aufnehmen sollt oder wenn wieder einen anderen aufnahmeprogramm und ja habt noch einen angenehmen tag